Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 James Bond Gut, dass ich Sie erreiche, James. Wäre Ihre Anreise angenehm? Mehr oder weniger. Was er berufen Sie an? Im Auftrag von M. Ich habe mir schon gedacht, dass es hier kein entspannter Urlaub wird. Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. M hat einen wichtigen Auftrag für Sie und er erwartet Sie... Schauen Sie mich, ich bin in zwei Stunden da. Es geht um eine Frau namens Hiena Catrell. Wir befürchten jetzt, dass sie das Opfer eines Racheaktes werden könnte und benötigen deshalb dringend jemanden, der auf sie aufpasst. Bei allem Respekt, Sir. Seit wann werden Doppel-Neur-Agenten für Personenschutz eingesetzt? Hier handelt es sich keineswegs um einen einfachen Personenschutz, 007. Catrell ist eine der wichtigsten Personen der Verbrechensbekämpfung. Deshalb haben wir ihr auch unseren besten Mann zugesichert. Danke, Sie dürfen passieren. Zweites Haus. Nehmen Sie Platz. Für Sie ist es sicherlich nicht gerade spannend, die ganze Nacht über eine Frau wie mich zu wachen. Im Gegenteil. Gerade bei Ihnen ist es mir eine Freude. Sind Sie zu allen Frauen so charmant? Wie könnte ich anders. Dürfte ich Ihnen einen Drink anbieten? Ich habe oben am Tor einen Wachmann. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich glaube, das wird noch ein langer Abend. Darauf sollten wir anstoßen. Trinken Sie ruhig noch aus. Ich erwarte Sie. Sie müssen uns von der Aufmerksamkeit geholfen. Ich bin вся Frau, Sie haben einen riesigenFact aus. !? ! 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 !! UNTERTITELUNG Unser Boss, Henry Suffer, sitzt seit drei Monaten in Großbritannien in Haft. Das Urteil lautet lebenslänglich. Wir werden ihre Freundin erst dann wieder entlassen, wenn die britische Regierung ihn begnadigt. Die Frist läuft heute Abend um 22 Uhr ab. Glauben Sie etwa, ich würde Sie unter dieser Maske nicht erkennen? Mason Miller. Ganz recht. Sie sind der Handlanger von Henry Suffer. Der, der im Gefängnis sitzt. Der noch sitzt. Was wollen Sie? Ein Boss aus dem Knast holen. Unsere Forderungen wurden bereits gestellt. Sie hätten weiter Ladendiebe und Dealer verhaften sollen. Damit werden Sie nicht durchkommen. Man wird Sie ordnen und... Das bezweifle ich. Destination selected. D23 Ya thermometer. Io�� näher. D23ko D23je 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 Zwei Stunden fahren wir los. Gibst deinen Gefälligst auf deinen Posten. Ich bin damit nicht einverstanden, Boss. Was soll das heißen, du bist damit nicht einverstanden? Diese Mission ist irrsinnig. Wir haben einen Leibwächter verletzt, eine wichtige Beamtin entführt und einen Wachmann getötet. Und jetzt warten wir förmlich darauf, dass hier die Geheimdienste einfallen. Die Geißel kennen unsere Gesichter. Wir sollten sie umlegen und dann möglichst schnell hier abhauen. Ich bin enttäuscht, das zu hören. Ich dachte, wir würden hier alle aus Überzeugung nicht aus Angst handeln. Ich. Entweder du tust, was ich sage, oder du bist tot. Ja, bei mir ist alles sicher. Wenn unsere Feuerungen erfüllt sind, fangen wir los und sind morgen bei den Grenzen. Ich sehe sie morgen in ihrem Staatsgefängnis. Ja, es gehts. Oh! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Waffe runter, Bastard. Rüber. 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 Musik Musik